ja hallo schön dass ihr heute wieder dabei seid bei diesem let's play von world of tanks mit dem replay of the week und dem amx m4 mle 49 liberté ein langer name aber damit ist er auch durchgestanden ich bin sehr gespannt weil die runde schaut phänomenal aus anders kann ich es gar nicht antiesen und natürlich hat das hier schon mal gut erwischt denn er ist hier top tier das heißt achter siebener sechster gefecht und die karte ist küste ein wirklich tolles gerät das kann man nicht anders sagen für alle liebhaber der französischen panzer endlich mal ein heavy der auch bisschen was abhaben kann also der nicht unbedingt bei dem ersten steinwurf schon die segel streicht sondern der hält da durchaus mal gegen und jetzt schon mal fast ein etwas ungewöhnlichere weg den er hier nimmt weil der wird doch häufiger von den mittleren panzer bespielt nämlich hier dieser hügel klar gibt auch immer mal wieder heavy die den nutzen und er ist dementsprechend hier auf der besseren seite weil der gegner keine art hat das heißt zumindest mal das problem hat er nicht ordentlich gun depression hat er also da kann er jetzt schon vorne mithalten und so langsam ist er auch nicht sieht man ja ganz schön auch hier im areal kommt er gut voran so und jetzt dürfte es hier gleich spannend werden denn hier ist immer irgendwas los aber bis dato noch kein gegner offen das ist doch eher ungewöhnlich der aus der hüfte hat nicht funktioniert aber jetzt der funktioniert auf den cdc schöner hit aber der cdc ist natürlich das ganz krasse gegenteil beim franzosen denn gar keine panzerung also wirklich gar keine und jetzt der m6 der bekommt auch sofort einen begrüßungstreffer müssen aufpassen dass der cdc in jetzt hier nicht umfährt aber jetzt sind erstmal den raus jetzt kommt der cdc und ich wollte gerade sagen jetzt einfach zurücksetzen und da sieht ihr mal wie viel damage er allein nur damit bekommt und auch wenn das munitionslager jetzt kurz beschädigt war das hat er repariert und das hat er perfekt gemacht hier mit dem rammschaden danach noch einmal getroffen und dann ging es direkt rund super treffer super gespielt genau so wie man wie es gehört in dem augenblick da nen panther m10 oder auch von einigen der manta genannt so und ein treffer braucht dann noch schön vorgehalten und eiskalt verwandelt super 2400 damage schon auf der uhr und der rest des teams vom gegner ist auf dieser halbinsel das heißt da muss jetzt erstmal hin und rüber um da seinem team zu helfen aber schon gut gemacht wie er das hier gemacht hat auf der seite weil viel backup hatte er da nicht jetzt die frage fährt er da zu seinem cap oder drückt er den gegner cap und lasst dann den gegner dann damit zurückfallen beides machbar und auch durchaus denkbar also scheinbar ist hier nirgendwo ein gegner sein team pinkt auch schon der churchill dass er doch cappen soll aber das will er gerade nicht so da kommt der is 6 an direkt mal ein treffer gegeben und der strv macht ihn da weg jetzt wird sein cap eingenommen gut das war zu erwarten so jetzt hier den treffer auf den tiger der ist noch rappelvoll der lurt jetzt da mal vor und kriegt noch mal einen so und jetzt ist da das objekt 252 u gegen den superpershing dem muss jetzt natürlich helfen das objekt ist wirklich ein sehr ordentlich starker panzer derzeit bis dato hat er den superpershing aber noch nicht zurücksetzen können so jetzt hat er den schuss auf sich gezogen und verteidigt da jetzt den superpershing da auch das macht er jetzt clever auch wenn er da jetzt auf die panzer ein bisschen planlos schießt da jetzt den rüssel nach oben dass er da das wenig schwerer hat und ja genau da drauf da kommt er gut durch so jetzt kommt da von hinten auch noch einer ran gegner ist am cappen da muss der churchill jetzt noch mal zurück setzen weil sonst wird die runde hier verloren aber jetzt drücken sie da raus jetzt fährt der defender auch auf den churchill drauf und er drückt hier weiter das objekt vor sich ja da sieht man aber was für eine power der panzerscheibe auch hat so und jetzt hier der nächste gleiche panzer anderer anderer anstrich kann man sagen der nimmt hier mal den pershing mit einem ordentlichen rang am griff raus sehr schön geschossen so jetzt ist er alleine gegen drei weil da kommt jetzt auch noch der tiger an der alleine gegen vier sogar da wollte ihn jetzt weg rahmen aber leider fehlt da doch noch ein bisschen was genau da hinschießen wo er vorher auch schon den anderen zerstört hat das klappt bei den objekten sehr gut und jetzt kommt der tiger vor auch der kriegt sein fett weg so jetzt will er mit dem kuscheln und zack also das macht er jetzt phänomenal anders kann man es einfach nicht sagen so jetzt noch 60 hit points immer mit dem turm so ein bisschen wackeln und jetzt hier auf den drehkranz und da ist er auch schon raus und damit seinen krieger klargemacht noch zwei mögliche kills damit ist die rette wolters auch noch drin natürlich schießt er jetzt vermehrt premium ist ja auch ganz klar weil jetzt hier bei dieser runde will immer noch alles an damage mitnehmen um die runde für sich möglichst profitabel und auch gut zu gestalten da ist der defender der trifft aber er selbst macht auch den hit direkt klar dafür dass er jetzt mit dem nächsten schuss auch weg ist er ist ein bisschen schneller im reload und dann nutzt er das aus und nimmt auch den raus jetzt nur noch er alleine gegen den is3 der ist auch hinter ihm offen und auch der hat noch mal deutlich mehr hit points als er mehr als das doppelte aber immerhin konnte er ihn nicht von hinten überraschen das war schon mal gut so da hat er schon ersten guten platzieren können und noch mal einen und jetzt ist hier der vorteil vom is3 schon fast dahin noch mal und jetzt muss er aufpassen mit dem nächsten schuss wäre weg oben drauf so und jetzt genau der musste abprallen und jetzt muss er den versenken dann ist es in ordnung und wahnsinns runde 8.217 damage 3.300 geblockt 2.228 basis erfahrung also wenn das nicht mal wieder ein monster geiles replay of the week mit einem sensationellen end war dann weiß ich es auch wirklich nicht meine damen und herren super vielen dank fürs zuschauen bis zum nächsten mal euer alkaramba wine j j j j